hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal ich sag im vorfeld es tut mir leid wenn ich mich zwischendurch ständig räuspern muss aber ich bin ein wenig erkältet mal dann ich sitzen ja im selbstauferlegter quarantäne weil ja bei der tagesmama corona ausgebrochen ist und nicht einfach auf nummer sicher gehen möchte so wie das eigentlich ganz deutschland tun sollte aber das ist ein anderes thema deshalb habe ich zusätzlich zu dem stapel bücher heute eine tasse tee bei mir stehen es handelt sich um kamillentee weil der besonders halsschonend ist ja ich würde sagen ich versuche das heute so schnell wie möglich zu machen damit ich so wenig wie möglich reden muss was für mich echt schwierig ist und dann starten wir direkt mit dem ersten buch sobald ich was gedrucken habe jetzt läuft mir die brille an ja gut fangen wir an mit dem ersten buch ich greife jetzt einfach wieder willkürlich auf meinen stapel weil ja ich sie nicht nicht sortiert habe das erste buch das ich euch zeigen möchte ist ophelia scale die welt wird brennen der erste teil der ophelia scale reihe ist jetzt im januar als taschenbuch erschienen und ich habe es vom blogger portal zur verfügung gestellt bekommen erst mal noch mal vielen dank dafür ja das ist eine reihe die habe ich tatsächlich schon ganz ganz lange auf meiner wunschliste gehabt habe sie aber nicht so auf dem schirm gehabt nach dem motto ich muss sie jetzt unbedingt ganz ganz zeitnah kaufen und lesen und als meine liebe tatiana dann gesagt hat schau mal beim blogger portal ist es online probieren wir einfach unser glück und dann lese was zusammen gesagt getan wir haben es beide bekommen und haben es dann zusammen gelesen worum geht es bei ophelia scale es ist eine dystopie in der gesellschaft in der ophelia lebt ist ein neuer könig an die macht gekommen vor ein paar jahren und der hat sämtliche technologie verboten und ophelia wollte eigentlich genau wie erfahrter ingenieurin werden oder er ist halt ingenieur und hat schon von klein auf gelernt in der technologie umzugehen also das ist nicht wie bei uns ein laptop und handy und fernseh und playstation und so sondern wirklich mit gerätschaften die mit deinen augen mit deinen ohren etc gekoppelt sind ja das gibt es jetzt alles auf einmal nicht mehr und deshalb schließt sich ophelia einer rebellenbewegung an die den könig stürzen wollen ja sie wird dann als ich sag mal versuchskaninchen in das programm des königs eingeschleust in dem eigentlich neue offiziell neue leibwächter ausgebildet werden sollen stellst du natürlich raus dass es nicht ganz so der wahrheit entspricht ja und dort trifft sie auf den bruder des königs und mit dem versteht sie sich relativ gut und dann gerät halt so ihre gedanken welt in zwanken was denn nun richtig ist ja wie gesagt das ist der erste teil es endet auch mit einem ganz ganz bösen cliffhanger jetzt am 8 februar kommt auch der zweite als taschenbuch raus ich werde mir natürlich dann die anderen beiden teile auch als taschenbuch kaufen macht ja dann mehr sinn und der dritte kommt dann am 8 märz ich bin gespannt dann habe ich ein buch gelesen dass ihr quasi ausgesucht habt ihr kennt ja meine supporting meine what i read next videos und im what i read next januar kam dann quasi ein buch raus dass ich dann auch im januar lesen sollte und das war in diesem fall obsidian ich habe es tatsächlich gelesen und ich habe es geliebt obsidian ist nämlich der reihauftakt der lux reihung steht ungefähr schon seit 2018 hier auf meiner mein sub in meinem regal ja und weil es so schön war und ich gerade so in der materie drin war und das buch auch gerade zur hand hatte habe ich dann auch noch band zwei gelesen ja also obsidian schattendunkel ist der erste teil und onyx schattenschimmer ist der zweite teil sehen auch super schön zusammen im regal aus ich muss mir jetzt endlich noch mal band zwei drei bis fünf kaufen ich glaube es gibt fünf davon und dann gibt es irgendwie noch mal einen anderen ableger davon ich kann es nicht mehr sagen wie es wie es genau ist als euch ja auf jeden fall geht es in obsidian um katie die gerade mit ihrer mutter umgezogen ist und ihre mutter ist so bisschen ja geh doch mal zu den nachbarn da sind zwei kinder in deinem alter also zwei jugendliche teenager in deinem alter freunde ich doch mal mit jemandem an du kannst dich immer nur lesen und in deinem buchblog schreiben das thema buchblog fand ich dann ja trotzdem sehr sehr cool und fand es auch cool dass es mehrere male auch erwähnt wurde dass sie da rezensionsexemplare gekriegt hat oder dass sie da einen blogbeitrag verfasst hat also dass das thema öfter erwähnt wurde das war richtig schön weil es mich an mich selbst erinnert hat ja dann freundet sich natürlich erst mal mit dem mädchen an und ihr bruder ist irgendwie so immer total dagegen dass die zwei was zusammen unternehmen und sich sehen und sich anfreunden jetzt dann immer sehr kalt und unscharmant zu katie kommt dann auch so nach und nach raus warum das so ist ja katie und damen sind halt anders als katie ich möchte jetzt nicht sagen was mit denen los ist ich weiß auch gar nicht ob es hinten drauf steht steht nicht drauf deshalb werde ich auch nicht verraten auf jeden fall werden die zwei oder sind die zwei gezwungen dann doch noch mehr zeit als geplant miteinander zu verbringen und freunden sich dann auch irgendwie ein bisschen an und irgendwo schwärmt sie auch so ein bisschen für ihn weil er halt echt gut aussieht laut jvl abendschaut und ja das buch endet auch wie ophelias gell an der stelle wo du dich fragst und jetzt also es ist nicht so dass du sagst oh gott ich muss jetzt unbedingt den nächsten teil lesen wie es weitergeht sondern die geschichte hat schon irgendwo ihren cut aber trotzdem immer ein bisschen wie es weitergeht ja und genau da geht es dann eigentlich ohne umschweife in moniks weiter hier kommt ein neuer schüler an die schule und katie freundet sich mit ihm an was damen natürlich gar nicht passt und der hat die ganze zeit so das gefühl mit diesem neuen schüler stimmt irgendwas nicht und ja es kommt natürlich auch nach und nach raus was mit dem schüler nicht stimmt und was damen in ihm sieht was irgendwie sonst keiner sieht ja wie gesagt ich freue mich auf band 3 4 und 5 daher möchte ich jetzt auch nicht so viel mehr verraten für alle die es schon gelesen haben dürfte mir gerne mal erzählen welches euer liebster band der reihe ist und falls jemand von euch band 3 4 und 5 recht verkauft als hardcover dann darf er mir auch gerne schreiben ich gehe nur eine instagram direkt nachricht da wäre ich euch sehr dankbar weil jedes mal wenn ich es bei revibe stelle kommt es entweder ohne schutzumschlag an whatever das auch immer soll oder es sieht aus wie arsch wie füße dann habe ich im bodyread mit ein paar mädels auf instagram und da sind auch ein paar booktuber rinnen dabei werden von katinka engel gelesen der auftrag auftrag auftakt zur schetland law frei heißt es glaube ich man sich auf jeden fall spielt das buch halt in schetland schetland und es dreht sich um fiona 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 kommt gerade zurück zu ihrer familie zu ihren beiden schwestern und sie war eine lange zeit weg und ist damals total überstützt abgehauen und keiner weiß eigentlich was los war warum sie gegangen ist ja sie hatte damals sich super mit ihren schwestern verstanden sie hatten einen tollen freund sie waren so ein kleines traum paar und von heute auf morgen ist sie irgendwie abgehauen und ja ein paar der leute nehmen es ihr auch übel der ort aus dem sie kommt ist halt so gilmore girls like so ein kleiner ort in dem jeder jeden kennt und irgendwie versteht halt keiner warum sie so überstützt abgebrochen ist ihre aussage war halt dass sie ein studium beginnt aber irgendwie war sie halt von heute auf morgen weg und nach und nach kommt halt raus warum das so war und wir mädels ich glaube wir waren sechs mädels wir waren uns auch relativ einig dass ja irgendwie wir keine verbindung zwischen fiona und konnel heißt er gespürt haben also klar irgendwo war das präsent dass sie ihn noch liebt und er sie noch liebt und es war auch total verständlich dass er halt wütend auf sie ist dass sie einfach gegangen ist und auch erst mal nicht mit ihr reden möchte aber als dann rauskommt warum sie gegangen ist saßen wir halt in unserer leserunde oder das macht ja so absolut gar keinen sinn weil es einfach ein grund ist wo jeder normal denkende mensch ich weiß normal ist immer so ein relatives wort aber jeder logisch denkende mensch sagen würde das ist doch kein grund zu gehen das ist ein grund mit schwestern freund familie etc zu sprechen und dann findet man eine lösung ja und jetzt das auch dieses held so das ganze buch gezogen und ich konnte auch bis zum schluss die liebe zwischen den beiden und die gefühle nicht spüren ich habe es habe zwar darüber gelesen aber ich konnte es nicht spüren es kam nicht hier an von daher ja haben wir halt überlegt ob wir das zweite noch lesen ich weiß es gar nicht ob wir es noch lesen oder nicht eigentlich wäre es ganz cool weil der zweite band geht halt um die schwester von ihren um die nässer und die ist ja eigentlich mein favorite charakter gewesen und der witz daran ist ich glaube irgendwie dass die drei schwestern hier aus der reihe an die schwestern von akuta angelehnt sind weil die hier heißen halt fiona messer und effi und die archon schwestern heißen halt fairer messer und elaine also die anfangs buchstaben sind gleich und ja irgendwie messer ist halt auch die älteste schwester elaine ist halt so so süß und lieb ja irgendwie hat das irgendwie mich daran erinnert irgendwie hat das mich irgendwie erinnert ja ihr wisst was ich meine im januar habe ich mich auch noch mal an einen re-read gewagt also es ist der erste band einer ganz ganz langen reihe ich weiß nicht ob es jemand von euch kennt weil die reihe doch nicht ganz so bekannt ist das schwert der wahrheit das erste gesetz der magie von terry goodkind ja es ist ein ziemlicher klopper aber meiner meinung nach lohnt sich auf jeden fall diese reihe zu lesen ich habe die bücher schon mal in der alten version also im alten gewand quasi im regal stehen aber nur 1 2 3 4 5 6 7 und ich glaube es gibt elf ich habe dann irgendwann aufgehört sie zu lesen weil ja die schrift ist halt super klein und es ist sind sowieso trotz der kleinen schrift dann noch ich glaube 1100 seiten von band 1 und manche davon sind noch dicker und nach sieben solchen wälzern hatte man dann irgendwann so und habe dann irgendwas anderes gelesen und nie wieder weitergemacht i don't know warum ja was ist das erste gesetz der magie oder was ist die schwert der wahrheit reihe es geht um richard und caylen und deren geschichte beziehungsweise eigentlich geht es erstmal um die geschichte von richard er ist halt ich nenne es jetzt mal wie bei her der ringen waldläufer er lebt halt in einer kleinen hütte und sein vater ist dann gestorben und er kümmert sich halt so ein bisschen um das drumherum im wald und um die tiere und er baut brücken und so gedöhnt halt und eines tages ist er halt im wald unterwegs auf der suche nach einer schlingpflanze und sieht dort dass eine frau von vier männern verfolgt wird und rettet sie dann quasi nach und nach stellt sich dann heraus dass diese frau nicht aus ihrem land ist sondern von einem land hinter der grenze es gibt so eine magische grenze die eigentlich keiner durchbrechen kann ja und was die frau okay ihm dann halt erzählt ist halt total merkwürdig und macht ihm auch angst und dann holen sie noch set ins boot set ex soul surrender ein zauberer was er aber nicht weiß er hält ihn einfach nur für einen alten verrückten mann ja und zusammen machen sich die drei halt auf den weg zur grenze um dort durchzukommen eigentlich es ist super schwer zu erklären weil es so eine komplexe geschichte ist und ich kenne halt schon die story und weiß halt wie es weitergeht und es fällt mir jetzt gerade super schwer darüber zu sprechen ohne was vom weiteren verlauf zu erzählen ja kalen ist auch kein normaler mensch sie ist eine konfessoren die letzte ihrer art also quasi dann mutter konfessor und das was sie kann kriegst du halt in dem band noch nicht erklärt aber ich weiß halt was ihre kräfte sind und warum sie sich so verhält wie sie sich verhält das war eine mega mega spannende serie wer jetzt keine lust hat 1100 seiten pro buch zu lesen der kann sich auch mal die dvds zu legend of the seeker kaufen ich kann es euch gerne auch noch mal unten verlinken da gibt es glaube ich zwei staffeln und da sind halt ein paar der bücher gerade die anfangsbände gut zusammengefasst und auch sehr unterhaltsam der bösewicht aus band 1 und 2 und band 3 also band 1 und 2 auf jeden fall ist darken roll und der wird halt gespielt von craig parker der auch bei herr der ringe den halia spielt und der bei spartacus auch den clavus clover oder wie er heißt spielt ja für ein super super toller schauspieler den wir auf der ringcon und magicon immer dabei haben und einfach ein ganz toller mensch lest das buch und dank mir später als nächstes möchte ich euch eine komplette reihe vorstellen ist ist die dialogie von like snow we fall und like fire we burn von isla date das erste hatte ich sowieso schon im regal stehen und es hat nur darauf gewartet dass ich es lese und das zweite habe ich dann auch vom blogger portal zur verfügung gestellt bekommen vielen dank auch an dieser stelle dafür ja da ich rezensionsexemplare nicht so lang bei mir liegen haben möchte habe ich dann beschlossen das direkt beides zu lesen gestartet bin ich natürlich mit like snow we fall in like snow we fall geht es um paisley sie ist eiskunstdolferin kommt aus einer relativ schlechten gegend und ja ist auch sehr sehr in armen verhältnissen aufgewachsen sie nennt sich immer wohnwagenschabe fand ich ganz furchtbar das zu lesen und ja sie flüchtet halt nach espen warum weiß man anfangs halt noch nicht das erfährt man im laufe der geschichte und hat sich dort an der ice skate eingeschrieben das ist so eine art ich sag mal uni also die bilden halt eiskunstläufer et cetera aus ja und kommt dann in einem bed and breakfast für den moment unter ja im laufe der ersten tage lernt sie dann halt auch nox kennen er ist ein total arroganter snowboarder und die beiden gehen sich halt regelmäßig an die gurgel aber irgendwann macht es halt so klick und die beiden freunden sich an sie kommen sich irgendwie immer näher ja nox war eigentlich früher kein snowboarder hat einen anderen wintersport gemacht aber als seine mutter gestorben ist beim schnittschuhlaufen weil sie halt auch eiskunstläuferin war hat er allem was kufen hat abgeschworen und seinem vater zuliebe ist er dann snowboarder geworden für ihn war es eigentlich mehr so ein hobby für seinen vater war es halt so ein lebenstraum weil er früher auf snowboarder war und dass man da werden wollte ich weiß nicht mehr ganz genau wie rum es jetzt war ja und er ist halt jemand der möchte seinem vater gefallen und möchte das tun was er vater was ein vater glücklich macht weil es ihn damals so aus diesem meine frau ist todloch gezogen hat aber eigentlich möchte er psychologie studieren und paisley redet ihm dann halt auch immer zu dass er das studieren soll und verschweigt ihm aber ihre vorgeschichte und ja irgendwann holt sie halt die vergangenheit ein und dann müssen sie gucken wie sie mit dem schlamassel umgehen nennen wir es mal so ja das ist die geschichte von paisley und nox dann folgt die geschichte von area und white white ist der bester freund von nox ist eishockey spieler und kann aber momentan nicht eishockey spielen weil er einen kaputten arm hat warum erfahren wir im lauf der geschichte ist man kriegt halt nur mit dass er aktuell seine schwester und sich nicht gut über wasser halten kann sie leben halt allein weil die eltern bei einem unfall gestorben sind und seine schwester ist halt gerade vollen rebellischer teenager und stellt eigentlich nur mist an und er versucht halt irgendwie über die runden zu kommen und plötzlich taucht seine ex freundin wieder auf die tochter der bed and breakfast besitzerin die waren über jahre ich glaube sechs jahre ein paar dann hat er scheiße gebaut und sie ist dann halt aus es bin weggegangen kam jetzt halt wieder zurück um ihrer mutter im bed and breakfast zu helfen und ja was soll ich sagen am anfang fand ich das ganz schön dass beide irgendwie noch gefühle füreinander haben und sie dann aber jedes mal so nein der hat mir weh getan er hat mein herz gebrochen hat mich verletzt ich kann ihm das nicht verzeihen dann geht sie aber ständig in seine nähe und sie kommen sich näher nur um danach zu sagen nein das geht nicht es ist halt so ein ganzes so ein hin her hin her hin her hin her ich weiß nicht ob ich zu alt dafür bin aber es hat mich halt mega genervt dieses unentschlossen sein entweder verzeihste ihm meine meinung oder du lässt es aber du machst nicht hü-hot 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 ja und irgendwann war ich halt maximal genervt von ihrem verhalten wiat fand ich eigentlich die ganze zeit ganz cool weil er halt wirklich versucht hat sie zurück zu erobern mit wirklich super lustigen und teilweise auch dämlichen aktionen und was ich auch noch witzig fand dass es in dem buch in paxton gab ich habe noch nie in dem buch was von einem paxton gelesen weil das ja auch der charakter der männliche aus meinem ersten buch quasi ist ja nur dass paxton hier ein arschloch ist true story ja wie das ganze ausgeht müsst ihr dann natürlich selbst lesen ich habe gerade gestern eine rezension zu bei instagram hochgeladen also wenn es interessiert der darf auch gerne noch mal dort vorbeischauen wenn ich euch jetzt die nächsten beiden bücher zeige werden einige von euch jubeln damit meine schlug dass ich die reihe endlich angefangen habe ich spreche nämlich von throne of glass die erwählte ist band 1 und kriegerin im schatten ist band 2 habe ich beide im januar gelesen ich lege das eine mal weg ja viele von euch haben die story schon gelesen die ist ja auch schon etliche jahre alt ich weiß gar nicht wann die rausgekommen sind ich gucke jetzt rein auf jeden fall vor akuta steht hier neunte auflage 2019 und 2012 sind sie das erste mal erschienen also ja schon zehn jahre alt aber ich habe es jetzt erst geschafft sie zu lesen ich finde man kann immer nur so ein gigantisches fantasy epos gleichzeitig lesen letztes jahr habe ich viel von den schattenjägern gelesen und dieses jahr haben gesagt so wir fangen jetzt mit schon auf glass an und machen dann weiter mit unserem schattenjäger marathon in dem ersten band lernen wir selena kennen selena ist eine assassine und soll im wettkampf zur quasi zum champion des königs werden und der sohn des königs also der prinz hat sie quasi als seine mitstreiterin oder seine schachfigur ausgewählt seine ich komme jetzt nicht aufs wort ihr wisst wie ich es meine ja und soll sich dann halt gegen 13 20 andere mitstreiter zur wehr setzen ja dann kommt aus einem anderen land eine prinzessin an den an den hof mit dem mit der sie sich direkt anfreundet aber dies irgendwie so seltsam und ja irgendwie versteht sie dann halt auch nicht was die manchmal für gedankengänge hat ja trotzdem freuen sie sich irgendwie an und nach und nach wird selena immer misstrauischer dem könig und dem ganzen hofstaat gegenüber weil am hof was nicht mit rechten dingen zugeht eigentlich ist magie unterbunden also keiner sollte eigentlich mehr magie wirken können aber trotzdem passieren im schloss dinge die übernatürlich sind die man sich nicht erklären kann und auch dorian spürt so nach und nach irgendwie dass er magische kräfte hat ist ganz schwer zu erklären tut mir leid ja also er spürt auf einmal dass er dinge tun kann die andere nicht können verschweigt ist halt mein absoluter mein absolut ist mein absoluter lieblingscharakter ist übrigens kale bei uns in der leserunde also wir lesen zu dritt wird er nur liebevoll brokkoli genannt weil sein name sich einfach wie kohl anhört und es gibt kein kohl emoji also hat nela wohl gedacht so ein brokkoli ist ja fast das gleiche und seitdem ist es unser brokkoli wir sind auch alle total verliebt in ihn und ich wurde leider durch eine funko pop designerin gespoilert wie es mit ihm weitergeht ich habe da letztens in der story in den funko pop gesehen wo unten drunter dann dick und fett kale stand und es war eine pose ja die sehr eindeutig war und ich dachte nur so super da hast du jetzt zehn jahre geschafft dich nicht großartig spoilern zu lassen und dann kommt ein funko pop macht alles kaputt ja also wir sind jetzt gerade beim ende von band 2 werden jetzt nächste woche mit band 3 weitermachen selena ist gerade weggegangen quasi vom hof und ja ich habe noch keine ahnung wo die reihe hin führt aber ich werde mich überraschen lassen diesen monat habe ich tatsächlich auch wieder ein hörbuch gehört bei audible das wäre nicht verliere mich nicht von laura kneidel ich hatte den ersten band ja schon ewig hier liegen und habe dann überlegt ja kaufst du dir jetzt das buch oder nicht wusste aber dass evie ihn nicht so gut fand und gegebenenfalls aussortieren würde von daher habe ich dann gesagt ja komm ich kaufen ja haben aber immer noch nicht hier weil wir uns seitdem nicht mehr gesehen haben aber ich habe ein probe abo bei audible aktuell und dachte dann hörst du dir das buch einfach an wir fangen eigentlich genau dort an wo wir bei band 1 aufgehört haben luca ist total angepisst oder fragt sich warum selbst sich von ihm getrennt haben nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte dabei wird sie ja eigentlich nur von ihrem stiefvater erpresst dass er was gegen luca unternimmt wenn sie sich nicht von ihm rannt oder dass sie dass er seiner schwester ihrer schwester gegebenenfalls was antut er drückt sich da nicht so genau aus aber ja er setzt sie da schon so ein bisschen unter druck dass sie quasi ihren loverboy abschießt ja gesagt getan und luca versucht eigentlich so das buch über wieder an sie ranzukommen und erhofft sich eine erklärung was denn mit ihr los war also er merkt dass da was nicht stimmt und irgendwann ist sage dann halt auch noch mal zurück in der heimat und dort knallt es dann halt richtig und wie das ganze ausgeht müsst ihr dann natürlich wie immer selbst lesen oder wahlweise hören denn last but not least zeige ich euch noch eine ganze reihe die ich komplett im januar gelesen habe und zwar dass ich weiß nicht genau wie sie heißt die neueste reihe von emma scott hat jetzt im januar den finalen band erhalten also der erste wäre dann wie my tomorrow damit bin ich auch in das jahr 22 gestartet danach kommt for right now ich sehe gerade da hinten ist ein riesen fleck drauf i don't like this und dann habe ich von der blogger türi sunday sunday als rezensionsexemplar bekommen vielen dank dafür ja ich fange einfach mal von vorne an wie my tomorrow erzählt die geschichte von selda und beckett selda kommt nach new york und möchte ihre kravik novel quasi an den mann bringen kriegt dann aber gesagt dass sie kein also die geschichte kein herz hätte und überlegt sich fieberhaft wie kann ich der geschichte ein herz verpassen ja in new york kommt sie über umwege bei beckett unter und er hilft ihr dann irgendwann an der geschichte zu arbeiten hat natürlich sein eigen problemchen wie das halt normal so ist und am ende schreiben sie das ding einfach gemeinsam und verlieben sich ineinander das ist grob zusammengefasst was irgendwas in dem buch geht aber wie ihr bei emma scott natürlich wisst gibt es noch so viel mehr drumherum dass sich zu lesen lohnt ich fand es tatsächlich aber den schwächsten teil der reihe also wenn ihr es liest und es gut findet dann lest auf jeden fall noch die anderen beiden bände weil ja es wird besser also es wird noch besser dann kommen wir zu meinem highlight also absolutes jahres highlight jetzt schon weil ja werde ich euch gleich erzählen weil jetzt erzähle ich erstmal um was es geht und dann begründe ich euch warum es für mich ein jahres highlight ist ja in der geschichte geht es um darlin das ist die beste freundin von beckett aus band 1 sie ja hat eine schwere vergangenheit sie war genau wie beckett im gefängnis das habe ich eben vergessen zu erwähnen sie waren beide im gefängnis und das verbindet sie irgendwie so ein bisschen und darlin hat in ihrem leben halt schon super viel schlechte erfahrungen getroffen und sagt jetzt einfach ich muss weg aus new york ich muss was anderes sehen ich muss irgendwo von null anfangen wo mich nicht jeder als darlin die ehemalige drogensüchtige und die darlin die im knast war sieht dann geht sie nach seattle und trifft dort auf ihren neuen nachbarn quasi er ist alleinerziehender vater von einer 13 monate alten äh tochter bei ihm war es so dass die mutter eines tages mit einem drei monate alten kind vor der tür stand und sagte ach so das ist deine und sich dann einfach heimlich wegschleicht und ihn quasi mit dem kind alleine lässt er hat halt jetzt die hoffnung wenn ein jahr vergangen ist kann er sich quasi als vater eintragen lassen und er ist halt auch jurastudent und möchte da wirklich was erreichen möchte staatsanwalt werden und ja so eine tochter ist da halt oder so ein kind auf einmal allein groß zu ziehen ist halt eine große verantwortung und eine große anstrengung er hat gott sei dank hilfe von der mutter seines besten freundes und von der nachbarin die halt auf die kleine aufpassen während er an der uni ist oder während er beim richter ist bei dem er für eine stelle anfragt oder auf eine stelle bei ihm hinarbeitet da lin erzählt ihm natürlich nicht dass sie im gefängnis war erzählt ihm natürlich nicht dass sie früher drogen genommen hatten jetzt dreimal die woche zu den anonymen alkoholikern quasi geht dieses na meeting dass es da ja immer gibt ja irgendwann kommt es natürlich raus und dann ist halt so die frage will man ihr seine tochter anvertrauen eigentlich hat sich da schon was zwischen ihnen aufgebaut aber er ist halt total enttäuscht dass sie ihm das nicht erzählt hat und jetzt die begründung warum das für mich ein jahres highlight ist weil ich einfach mit ich muss mal die hand wechsel weil ich einfach mit so ja so heißt das so ja der leuer so mitgefiebert habe weil ich halt weiß wie es ist alleinerziehend zu sein und auch wenn man hilfe hat man ist halt trotzdem der einzige mensch der 24 7 für dieses kind da ist in guten zeiten in schlechten zeiten und natürlich ist es angenehm wenn man gesagt kriegt ich hole sie mal für drei stunden und du kannst mal lesen du kannst mal irgendwas machen worauf du jetzt gerade bock hast oder auch einfach mal drei stunden auf der couch liegen und gammeln aber es ist halt einfach nicht das gleiche wie ja wenn man halt zwei elternteile hat wo sich zwei konstant tag und nacht um kümmern ist einfach so ja später tauchen dann halt auch die großeltern von dem baby auf die leiblichen großeltern quasi die eltern von molly und dann beginnt halt so ein rechtsstreit und ich habe ich habe hier gesessen ich habe tränen geweint weil ich einfach dachte oh gott was wäre wenn mir irgendjemand maler wegnehmen wollte ich wäre am boden ich ja ich würde auch kämpfen wie ein tiger wie ein wie mama bär aber ja gott sei dank ist es nicht so und ja deshalb war das definitiv weil es mich so berührt hat jetzt schon mein jahres highlight last but not least kommen wir zu nein falsches buch last but not least kommen wir zu sunday sunday quasi der finale band der reihe darin geht es um max der im zweiten band quasi darlins betreuer bei den na war er geht auch in eine andere stadt er geht nach er geht irgendwo anders hin ich weiß es steht auch nicht hinten drauf und wird dort quasi pflegekraft von edward marsch der ist ein ich muss es dann ablesen er ist ein pharma mogul quasi der chef von einem pharmaunternehmen und dort trifft max auf dessen sohn silus sei das soll halt das imperium später mal erben und ich erkläre euch eigentlich gerade nur den klappentext was ist so viel mehr ja sei es soll das unternehmen irgendwann erben und das würde natürlich dann nicht gut aussehen wenn der erbe von diesem riesen unternehmen sich als homosexuell outen würde also in diesem band geht es halt sehr viel um das thema selbstfindung selbst akzeptanz und darum von der gesellschaft akzeptiert zu werden so wie man ist und natürlich auch von der eigenen familie dafür nicht ja verhasst zu werden das ist ein komisches wort hast du es immer so schweres wort aber ihr wisst denke ich wie ich es meine ja und max hilft ihm halt dabei zu lernen und herauszufinden wer er eigentlich ist und was er in seinem leben möchte sehr sehr schöner abschluss der reihe ihr lieben das war mein lesemonat januar es wurden insgesamt wie ihr gesehen habt 13 bücher das ist denke ich ein sehr sehr guter start in das neue jahr aber ich habe mittlerweile schon die ersten zwei body reads wieder am laufen einmal fange ich jetzt mit harry potter band eins oder habe ich angefangen und zu jk blooms das vermächtnis von talbremt da freue ich mich schon sehr drauf ansonsten bin ich mal gespannt was der februar noch zu bieten hat ich denke nicht dass es 13 bücher noch mal werden weil der monat ja auch kürzer ist und weil noch ein paar termine anstehen aber ich bin guter dinge dass wir die 20 schaffen werden in diesem sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag fühlt euch gedrückt ich höre jetzt endlich auf zu labern und dann sehen wir uns bei meinem nächsten video wieder hoffe ich tschüss bis